Der Kinocast Hallo Chris Einen wunderschönen guten Tag, hallo Und ich bin der Erik, ich grüße auch alle Hallo Erik, ich grüße dich Hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo die Schweiz, der ganze deutschsprachige Raum Ich schlage übrigens Erik vor als offiziellen Nachfolger des Moderators von Wetten, dass Als Nachfolger von Thomas Gottschalk Da habe ich sowas von überhaupt keinen Bock drauf Das ist eigentlich passiert, ich habe das nicht mitbekommen Irgendjemand hat doch Thomas Gottschalk gedisst Gedisst? Shirin David Ja, ich meine, das ist wirklich eher so betreutes Moderieren, was da gelaufen ist Ich habe es ja geguckt, ich bin ja Fan Also ich gucke ja gerne Samstagabend-Live-Shows und so weiter Und das ist natürlich die Samstagabend-Live-Show War Ja, ist immer noch die Trotzdem, ich, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es einen Staffelstab gegeben hätte Dass er jetzt an irgendjemand das übergeben hätte Hat er doch, Frank Elster war noch da Ja, es müsste natürlich jemand sein, der sich auch so ein bisschen in dem Star-Umfeld gut bewegen kann Ich hatte da so, ich habe nur mal so ins Unreine gesprochen, so ein Steven Ketchen oder sowas Hätte da durchaus An den habe ich auch direkt gedacht Weil genau, es muss halt jemand sein, der mit den Stars auf Du und Du ist und da nicht so Fanboy-mäßig Ja, sowas in der Richtung oder vielleicht jemand ganz jung ist, sowas ganz Verrücktes Vielleicht, ich sage mal, auch ins Unreine gesprochen, so ein Rezo oder so, wenn der Bock hätte Weißt du, der einfach mal die ganzen jungen Leute abholt Einfach mal das so ein bisschen als Challenge Einfach mal ein bisschen neu erfinden Aber gut, darum soll es nicht gehen, denn ihr seid hier im Kinocast gelandet Nicht bei der Medienkuh, schöne Grüße Bei uns gibt es neue Filme zu besprechen, die wir gesehen haben aus der Sneak Preview Ganz neu, der Film How to Have Sex Der läuft erst irgendwann an, das werden wir noch rausfinden bis dahin Dann, frisch aus dem Kino Die Playstation-Verfilmung, glaube ich Five Nights at Freddy's Von Blumhouse Productions Die habe ich mir mal angeschaut Dann auch ganz brandneu Gar nicht im Kino gewesen Quasi eine brandneue Heimkino-Premiere Das Doctor Who-Special Das Monster von den Sternen Das hat natürlich unser Doctor Who-Spezialist, der Chris, sich mal angeschaut Dann neue Serien gibt es natürlich auch Die Squid Game The Challenge Ist ja gestartet auf Netflix Und ich habe auf Paramount Plus Eine Billion Dollar angeschaut Jawohl, nicht 50 Cent, sondern eine Billion Dollar Jo, How to Have Sex Unser Sneak Preview Wurde ja getippt von jemand hier aus der Runde, wenn ich mich recht erinnere Und diesmal hat es sogar mal gestimmt Ich hatte ja ein bisschen eine schlechte Phase bei meinen Tipps Aber jetzt hat es mal hingehauen Und wie ich schon gesagt hatte Ich habe in Paris auf der Dienstreise sehr viel Werbung für den Film gesehen Und auf Bussen und sonst war es Deswegen war ich da schon ein bisschen interessiert dran Dachte ich, ja, könnte vielleicht ganz gut werden Es ist ein, ja, es ist umschrieben als Coming-of-Age-Drama Es geht um drei Teenagerinnen, die aus England aufbrechen Man erfährt nicht so genau, wo sie genau herkommen Rein vom Dialekt Und man kann ja dazu sagen, wir hatten es als O-Mu Als Original mit Untertiteln Und O-Mu-D habe ich jetzt gelernt Original mit Untertiteln O-Mut 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 Der O-Mut war auch da Das würde der Olaf Schubert sagen O-Mut Ja, wir hatten das als Original mit deutschen Untertiteln Was ich hier richtig gut fand Weil Man hört so die verschiedenen englischen Dialekte Und einer, der hat auch so ein bisschen irischen Einschlag Und so Fand ich echt ganz nice Dass man das so im Original gehört hat Und es geht darum, dass sie nach Greta fliegen Die drei Mädels Eine von denen Wie heißt das? Die eine ist 17, glaube ich Und die anderen sind schon ein bisschen Oder 18 oder so Keine Ahnung Ich glaube, die sind alle volljährig Sind die alle volljährig War da nicht irgendwas, dass die eine Egal Jedenfalls, die kennen sich Die sind zusammen in der Schule In England Und daher kennen die sich Und Haben Abschlussprüfung geschrieben Ja, genau Und machen das quasi so ein bisschen Ich glaube, in den USA macht man so ein bisschen Als Spring Break auch Aber hier Ist halt nach der Abschlussprüfung Einfach mal einen drauf machen Wobei natürlich Das so ist Die machen das halt Bevor sie Die Ergebnisse ihrer Abschlussprüfung Kennen Also So ein bisschen So, naja Und Die eine, die hat sehr Sehr hohe Pläne Hat sich sehr hohe Ziele gesetzt Für die Zukunft Die Die hofft auf eine Ein hoffentlich sehr gutes Abitur, nehme ich mal an Ja Gibt sowas in England Irgend sowas auf jeden Fall Ja So ein gleichgestellter Schulabschluss zu dem Würde ich es mal nennen Ja, irgend so ein An irgendeiner Hogwarts-Uni Da Hogwarts-Schule In England Was die auch immer haben Warst du so verzaubert Von den drei jungen Damen Das ist ja süß Was die auch immer da haben In England Außerhalb Europas Ja Die Weiß ich nicht Naja Jedenfalls Die Und die Die eine Wie hier Gab es eigentlich Namen? Wissen wir Namen? Warte mal doch Jetzt Namen gucken Tara Badger Und Sky Klingt alles wie Pornonamen Ja Und Die Die Jetzt muss ich kurz gucken Wer aber was Woher weißt du wie Pornonamen klingen? Das weiß ich auch nicht Habe ich nur hören sagen Jedenfalls So die Die eine Die andere Die ist eher so Naja Hauptsache geschafft Und so Sie hat ein ganz gutes Gefühl Und die andere Die hat schon ein bisschen Bedenken Ob sie es gepackt hat Und gerade so Die die jüngste Und Es kommt noch mit dazu Die jüngste Die hatte noch nie sechs So Die Von denen Die so ein bisschen Das Nesthäkchen ist Bei denen Und die anderen Die haben da offensichtlich Schon Erfahrung Und Es wirkt so ein bisschen Ich will denen jetzt Nicht unrecht tun Es wirkt so ein bisschen Als kommen sie Aus der Aus der Unterschicht Denn So die Art Wie sie sich geben Wie sie reden Das ist jetzt nicht gerade Cockney Oder sowas Oder ein bisschen Höher Ein höherer Akzent Oder irgendwas Sondern das wirkt schon Ein bisschen so Als kommen sie Aus der Aus der Unterklasse Und auch so Von der Art und Weise Was die Manche erzählen Wie oft sie da schon Irgendwie rumgebumst haben Und mit wem und was Und so Wirkt jetzt nicht gerade Sehr fein Und Ja Jetzt sind sie dann Nun auf Urlaub In Greta Erstmal angekommen Alles auseinander genommen Und In Hotelzimmer Am Am Pool Haben sie sich Mit Poolblick Damit sie da Möglichst Ja Einen guten Blick haben Auf die ganzen Boys Die da auch sind Und Im Nachbarhaus Auf dem Balkon Guckt dann auch Gucken da auch gerade So ein paar Typen dann raus Und da wollen sie natürlich Gleich von denen was Und Das ist So Die Ja Die Die Haupthandlung Die eigentliche Handlung Die aber dann der Film Versucht zu tragen Der rote Faden ist Das eine Von denen Nämlich die Die Jüngste Die dann auch noch nie Sex hatte Tess Tess Tera Tera Tess Okay Dass die Mal verloren geht Die gehen alle weg Bisschen feiern Dann machen zwei von denen Mit irgendwelchen Typen rum Und plötzlich ist die andere dann weg Und Fühlt sich so ein bisschen verloren Läuft da rum Und Als alle dann früh Total Verkatert In ihren Hotelzimmer Dann irgendwann aufwachen Ist halt Die Jüngste irgendwo verschwunden Und man weiß halt nicht Was da los ist Und Das wird dann so ein bisschen In so einer Art Rückblicken dann erzählt Und Was sie Durchlitten hat In der Nacht Sagen wir es mal so Ja Das ist es eigentlich Mehr ist da nicht Es ist viel Das klingt ein bisschen Nach dem Plot von Hangover Nee Nee Der eine geht verloren Nee So ist es ja nicht Weil die merken es ja nicht Und das ist denen auch Scheinbar egal Weil die sitzen dann Da auf ihrem Balkon Rauchen Also ja die ist weg Ja keine Ahnung Mal gucken Ist die bei den Nachbarn Ist die bei euch Nö Ja aber mit der einen Ist es eher egal Das ist aber auch So eine richtig dumme Nuss Aber die andere Die sagt Die macht dann halt auch nichts Sagen wir es mal so Die macht sich zwar Gedanken Ja was ist da Aber Ja aber die ist so mit sich Selbst beschäftigt Also es ist so von der Mädelsgruppe ist es halt Das Man verzeihe mir die Wortwahl Es ist das kleine Blonde Dummerchen so ein Bisschen Das kleine Naivchen so ein Bisschen Die auf dem Weg zum Oh ich bin voll Abgehängt von meinen Freundinnen Die andere mit Oh ja ich weiß genau Was ich will Und ich bin so tough Und außer bin ich Irgendwie stehe ich Auf auch Mädels Und die dritte ist Halt einfach nur Die 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 Entschuldigung Dorfmatratze Ich mache mich gerade Mega unbeliebt glaube ich Aber Die Die halt einfach nur die ganze Zeit so Ja Und eine dumme Gosche hat Aber ich bin ja so eine Gute Freundin zu dir Aber Aber nur Die Ganze Zeit so voll Hintenrum Und Ganz ganz unangenehm Vom Typ her einfach Aber immer Wir sind so Freunde Wir sind die besten Freundinnen Und das ist so super nervig Und Ja Der ist es eher so Oh ja Oh du musst unbedingt Vögeln Aha du musst unbedingt Vögeln Das ist so wichtig Dass du vögeln Oh du hast gefögelt Oh ich erzähle es allen Oh Oh So nervig Das Ganze ist so Ich hoffe Ja Ich hoffe mal Sei es bloß Dass halt eben nicht Die Personen In die Kamera reden Also wir beobachten Die halt die ganze Zeit Wie sie irgendwie Teilweise total Irrelevante Unwichtige Sachen tun Also wahrscheinlich Hat die Filmcrew Sehr viel Spaß gehabt Bei dem Bei dem Dreh Sie waren halt einfach Auf Kreta Haben viel Spaß gehabt Haben die Kamera Dabei laufen lassen So wirkt es zumindest Und dann ist halt das Drama In Anführungszeichen Drama Was da passiert Dass die eine verschwindet Will ich natürlich nicht Ja Spoilern Was da Was da jetzt genau Dann war Was die Lösung ist Aber das ist halt auch Nicht so ein Ja das ist halt schon Übel Was da passiert Aber Die entscheidende Lehre Die daraus gezogen wird Ähm Oder was Wo sie sich dann Offenbart Was da alles passiert ist Da kommt halt auch Nichts irgendwie Ja doch Die entscheidende Lehre Von dem Film ist ja Steh zu dir Werd dir selber nicht Untreu Und Lebbe geht weiter Naja aber das Bei dem was da passiert Ist einfach so Ja Lebbe geht weiter Ja natürlich Das meine ich eben Genau das ist es Also Aber das So kommt das im Film rüber Weil es halt am Ende Dieses Ja Für mich so ein bisschen Dieses Halb wieder weggewischt war Und das ist so dieses Nicht ganz im Klaren Darüber sein Was da In dem Fall Ähm Die Die Männlichen Jugendlichen Oder die männlichen In dem Alter Da gemacht haben Oder manche da gemacht haben Dass es einfach Überhaupt nicht geht Also Boah ich glaube Ich würde da Komplett Ich würde hier Wahrscheinlich über die Straße Rüber einziehen Wenn ich solche Begegnen würden Vielleicht hätte ich es nicht wissen Bei mir gegenüber Ist der Knast Und deswegen Das fand ich schon einfach Das fand ich aber allerdings Dann auch wieder Einigermaßen Okay dargestellt Dass man auch dann Sagt Ja guck mal So kann es eben Leider auch laufen Wenn du halt an Den falschen Jockel gerätst Und Das ist sie halt Definitiv Auch Und Durch diesen Grupp aus Grupp aus der Gruppe Der Druck aus der Gruppe So heißt es wirklich Da die dann Dann zu Säuntlichen Handlungen Kommen Das ist halt auch nicht richtig Ich glaube das gehört auch Mit zu dem Zu der Aussage vom Film So hey lass dich nicht Von außen beeinflussen Sondern geh einfach Deinen Weg Und das finde ich Eigentlich als Aussage Ja gar nicht so schlecht Nur die Umsetzung war Eher so Puh Ja Puh Ja ich will jetzt halt Nicht spoilern oder so Aber das was da passiert ist Das hätte meines Erachtens Drehbuchmäßig Noch irgendwie Eine Aufarbeitung gebraucht Finde ich Ähm Das was da in der In der Nacht eben passiert ist So Und nicht einfach so Ja Bis nächstes Jahr Dann wir sehen uns wieder Oder so Ja genau 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 das ist es halt Ja das Da fand ich Also der Film ist ja Von Von einem Regie Neuling Soweit ich das gesehen habe Von Molly Manning Walker Und ähm Also die hat natürlich Ein paar Kurzfilme gemacht Das ist der erste Langfilm Und gerade bei solchen Regie Neulingen Ähm hätte ich halt schon Ein bisschen Mehr erwartet Also wenn wir da an andere Äh Regie Debüts Denken Was weiß ich Clerks Oder El Mariachi Oder sonst was alles Ja Wo halt einfach mal Oder Kids Damals auch Wir hatten ja den Film Mit Kids verglichen eigentlich Wo man dann Der Film zu Ende war Das war ja auch so ein Debüt Wo halt einfach Das halt einfach völlig krass war Und wo Wo du dann rausgegangen bist Und guck mal Wann war der? 90er oder so Ne Wir erinnern uns jetzt noch dran Ähm Und ich hab den wirklich nur einmal gesehen Weil das hat mir gereicht Und ich war da sogar im Kino Und ich hab den bis jetzt nicht vergessen Ich weiß Kann noch Szenen Revue passieren lassen Aber der Film hier Der war mir halt einfach zu seich dann Und Ähm Was soll halt nun genau die Aussage sein Ähm Es war ja noch nicht mal Es wurde ja noch nicht mal Dieser überbordende Alkoholkonsum Irgendwie thematisiert Weil die kübeln sich ja ständig zu Und dann passieren irgendwelche Schlimmen Sachen Oder dumme Sachen Ähm Und das jetzt hier anzuschauen Das ist halt auch nicht so dargestellt Dass du sagst Okay Die sollten es vielleicht lassen Mit dem Alkohol Sondern Ja Die haben halt Party Und feiern da mit ihrem Alkohol Und so Das wird halt auch In der Richtung Nicht in irgendeiner Weise kritisiert Oder Dass das irgendwie Einen Beigeschmack bekommt Und Ich finde den Film In jeder Richtung Inkonsequent Und Für die Für das was er darstellt Und was er zeigt Nicht drastisch genug Um die Aussage zu transportieren Die ich mir gewünscht hätte Sag ich mal so Ich weiß jetzt nicht Was die Regisseurin Vielleicht wollte die einfach Partyfilm machen Für einen Partyfilm Hat aber zu dunkle Untertöne Ähm Wenn er jetzt Wenn sie jetzt gesagt hat Ja ich will hier so Ein Mädelsabend Äh Ja geile Party Geiler Urlaubsfilm machen Ähm Dann hat er zu dunkle Untertöne Aber Für das andere Hat halt mir zu viel gefehlt Leider Ja Ja wobei Da fand ich es dann schon wieder Relativ Ja Ich will jetzt nicht sagen Spannend Aber Das was für mich Den Film so ein bisschen Noch gerettet hat Von der Wertung her Dass es eben Konsequenzen Das hätte eigentlich sitzen müssen Drehbuchmäßig Und Es hat halt Wenig Wenig Höhen Ein paar Fand ich einfach Fehler in dem Film drin Ähm Sachen die mich dann Nicht so gecatcht haben Die mich eher gelangweilt haben Wo ich einfach nur auch Super genervt war Äh Wie von der einen Darstellerin Die mich einfach Da Dass man da die Freundschaft Auch nicht mal hinterfragt Nach all dem was abläuft Das zeigt ja dann auch wieder Diese komplette Unsicherheit Irgendwo Und dieses Ähm Ah Hauptsache ich hab ne Freundin Ah wir sind so gut befreundet Und aber Äh Äh Am Ende des Tages War da quasi jede für sich unterwegs Und alles nur die großen Einzelkämpfer Und Oder Einzelkämpferinnen Und jede mit seinem Schicksal Da alleingelassen Und Weiß nicht ob der Film Das genau so erzählen wollte Er hat das so erzählt Und das hat mich gestört Und Dadurch dass dann Zu wenig Kritik dann noch mit drin war Sondern einfach nur Mehr oder weniger dieses Boah wir nehmen das jetzt mal so hin Wie es ist und alles Äh Bin ich am Ende bei drei von zehn Punkten gelandet Was mich echt nicht dann abgeholt hat Ja Und ich hab Nach langer Zeit mal wieder den Knopf gedrückt Dass ich ihn nicht empfehle Bei uns in der Gloria Sneak Facebook Ich auch Ja Ganz guten Streak gehabt Ich meine es war ein okayer Sneakfilm Es war jetzt nicht Ganz schlimm Keine Vollkatastrophe Ja Keine Vollkatastrophe Ja Das ist aber Man hätte durchaus mehr machen können Okay Ja Knopf dran Zimmer War schon Eh Sehr Sehr viel Dazu gesagt Mehr als notwendig Ähm Was erwartet uns denn morgen Morgen erwartet uns ein Kindergarten Denn der Tipp lautet Was für ein Kindergarten Und äh Es wurden auch fleißig Filme getippt Und zwar einmal Kinder des Zorns Dann Wow Nachricht aus dem All Und Girl You know it's true Und Da waren wir mal gespannt Ja Avatar 3 Ja Muss man vorlesen Wir können ja nichts unterschlagen Was ist denn hier los Das ist ja Lügenpresser Lügenpresser Oh wow Ja Den äh Lassen wir mal Unkommentiert Ja Also Kinder des Zorns Hab ich ja getippt Das ist ja ein Remake Von dem Äh Stephen King Und der Trailer Der sieht scheiße aus Ähm Dann wow Nachricht aus dem All Da hab ich den Trailer gesehen Vor dem Checker Tobi Film Lief der Und der sieht geil aus Da will ich mit meinem Kleinen reingehen Ähm Da verstecken sich so ein paar Kinder Äh In einer Rakete Da in Kuru hier In einer Ariane Rakete Und werden dann aus Aus Versehen Mit ins All geschossen Und ähm Aus Versehen Und das ist glaube ich Ein echt toller Kinderfilm Aber ich glaube nicht Dass der in der Sneak läuft Weil der ist wirklich Äh Ich glaube nicht Dass wir so einen Kinderfilm In der Sneak zeigen Aber Ja Jedenfalls Ich mag ja Raumfahrt Themen Und mein Kleiner Ist da auch völlig begeistert Und nachdem wir den Trailer gesehen haben Da gehen wir auf jeden Fall rein Wenn der läuft Aber ich glaube nicht Dass der in der Sneak kommt Girl you know it's true Würde ich tatsächlich sehr sehr gerne sehen Ich habe jetzt auch die Doku geschaut Auf Wo war die? Auf Sky oder so Oder irgendwo Netflix Irgendwo gab es eine Milli Vanilli Doku Und ähm Die war sehr gut Die Doku Und jetzt der Trailer Zu dem Film Sieht auch geil aus Muss ich gerne sehen Würde ich auf die Sneak hoffen Weiß aber nicht Irgendwann bei Playstation Plus Im Livestream Da haben sich viele richtig gefreut Und ja Worum geht's Es gibt ein Eine Eine Pizzeria Slash Game Arcade Aus den 80ern Die dann irgendwann Geschlossen wurde Aus diversen Gründen Und Wir lernen einen Mann kennen Mike Schmidt Gespielt von Josh Hutcherson Der Ist der Vormund Von seiner Schwester Abby Um die er sich ganz liebevoll kümmert Und die Schwester Abby Die ist ein bisschen Verschroben würde ich sagen Die hat Ja Die hat Freunde Imaginäre Freunde Mit denen sie immer redet Die sie auch zeichnet Und so weiter Und Dadurch hat sie auch ein bisschen Probleme Im realen Leben Mit der Schule und allem Und Ja Muss sich halt ganz gut um sie kümmern Man weiß jetzt nicht genau Hat sie irgendwie eine geistige Behinderung Oder Ist da irgendwas Und Deswegen Ja muss sich da sehr viel um sie kümmern Und Seine Seine Jobs und so weiter Das ist auch immer ganz schwierig Das alles zu vereinbaren Mit seiner Tätigkeit als Als Ja nicht Vater Aber als Vaterersatz Quasi für seine kleine Schwester Und Ja Und seine Tante Ne Entschuldigung Die Tante von der Abby Die möchte gern Das Oder die will das Sorgerecht Für Für die haben Und Zieht da auch vor Vor Gericht damit Und Dadurch dass Er halt Der Mike so ein unstetes Leben hat Mit Also kein Job Und irgendwas Stehen die Chancen auch sehr gut Und dass er dann halt mal Bei so einer Beratungsstelle ist Und er sagt okay Wenn du jetzt nicht bald mal irgendwie Du musst halt nachweisen Dass du ein ordentliches Leben führen kannst Dass du für die Abby sorgen kannst Ansonsten kommt die zu der Schwester Äh Zu der Zu der Tante Und die Tante ist halt echt übel Also das ist wirklich Eine ganz üble Und Und da will halt die Kleine auch gar nicht hin Und so Ganz komische Situationen Jedenfalls Kommt dann Hat dann zufällig dieser Dieser Typ Ein Ein Jobangebot für ihn Nämlich Er kann in diesem Verlassenen Gebäude Soll er Ein Die Nachtschichten Übernehmen Quasi als Security Mann Und in diesem Gebäude Soll es halt so ein bisschen Spuken Wird ja so gesagt Und Ja Man sieht auch In der In der Eröffnungssequenz Sieht man auch Wie es jemand Ganz übel ergeht In diesem Während dieser Wachttätigkeit Und Das weiß allerdings der Mike alles nicht Und In dieser In diesem Etablissement Gibt es nämlich Ein paar Man würde glaube ich sagen Animatronics Das sind so So ein Bär Ein Hase Ein Fuchs Und so weiter Und das sind so Wie so Roboter Die auf so einer Bühne stehen Und da so einen Song performen Und Die sind aber Nicht nur Roboter Die da festgemacht sind Sondern die können sich dann auch bewegen Und das muss halt auch dann Der Mike dann da erfahren Aber da steckt noch viel viel mehr dahinter Zusätzlich hat Mike noch ein paar Ein paar persönliche Probleme Denn Als er klein war Oder als er viel jünger war Sollte er auf seinen kleinen Bruder aufpassen Und der kleine Bruder Ist entführt worden Und diese Szene Wie das passiert ist Weil er hat das Auto Quasi gesehen Was Wo sein kleiner Bruder Drin entführt wurde Und Diese Szene Spuckt ihm immer noch den Kopf rum Und kommt halt in seinen Träumen wieder raus Und Er versucht halt Durch luzides Träumen Würde man es glaube ich nennen Indem er sich eben Bestimmte Schlafmittel Zuführt Versucht er halt Diese Szene Immer wieder Sich sichtbar zu machen Und Die erneut zu durchleben Um eventuelle Hinweise Zu erkennen Und Ja Während seiner Tätigkeit In diesem In diesem Freddy's Kommen dann halt Eben auch noch Andere Informationen Oder andere Andere Ja Aus dieser Zeit Noch zu Tage Dadurch dass es eben Alles so weird ist Dort und Ich will mir nicht zu viel verraten Ich muss die ganze Zeit hier so ein bisschen Hin und her lavieren Ist auf jeden Fall eine Blumhaus Produktion Ich mag ja diese Blumhaus Sachen Eigentlich ganz gerne Weil die immer so ein bisschen Verschoben sind Und nicht so ganz Nicht so ganz Wie üblich Sag ich mal Man denke da nur an Happy Death Day Oder sowas Und Ja Als Jason Blum damals Von dem Spiele Schöpfer Die Rechte gekauft hat Wurden quasi Direkt danach Haben sich diverse Streaming Services Schon die Rechte gesichert Sodass halt Eigentlich die Produktion Schon komplett im Plus war Das war halt das Witzige Das heißt Da kam es gar nicht mehr so richtig Auf den Kinoerfolg eigentlich an Sondern Die Produktion Dadurch dass Blumhaus Auch immer sehr günstig produziert Die war eigentlich schon von Anfang an Im Erfolg Was dazu geführt hat Dass sie auch gleich schon Teil 2 und 3 angekündigt haben Die auch auf den Spielen basieren soll Und Das Ganze Ist natürlich ein sehr Sehr weirdes Setting Und sehr Sehr verschoben Und Sehr verrückt Und Ich fand es Leider nicht Ganz so gut Wie andere Blumhaus Produktionen Wie jetzt Happy Death Day Oder sowas Vielleicht liegt es auch daran Dass sie so ein bisschen In den In dem In dem In dem Zwang gefangen waren Hier diese Story Von dem Spiel Möglichst gut Wiederzugeben Um die Fans Nicht zu enttäuschen Und ich kenne wie gesagt Die Spiele jetzt Nicht so im Detail Ich wusste nur Die sind ziemlich Ja Verschoben Das wusste ich zumindest Und das was ich reingespielt hatte Da kannte ich auch ein paar Charaktere Aber Ja hier Es war halt leider Es hat sich nicht so ganz rund angefühlt Wie manche andere Blumhaus Produktionen Deswegen Ich gebe hier mal 6,5 von 10 Es war ganz cool Das zu sehen Die Darsteller waren gut Es war so eine angenehm Mysteriöse Stimmung Es war total abgefahren Was ich mag Es war gute Musik drin Weil es natürlich aus den 80ern war Es waren da einige So Spielautomaten drin So viel Nerd und Geek Stuff Was man so entdecken konnte Im Hintergrund Und so Das hat sehr viel Spaß gemacht Aber die Story Hätte mich noch ein bisschen Mehr mitreißen können Da ist ein bisschen Defizit Da hoffe ich dann mal Auf Teil 2 und 3 Dass sie dann sagen Okay Der erste Teil Da war ein ganz guter Erfolg Im Kino Ich habe jetzt die Einspielergebnisse Jetzt nicht im Blick Wie da momentan läuft Aber Vielleicht sagen sie dann Okay Wir wissen jetzt Es läuft Und jetzt Verlassen wir vielleicht Mal ein bisschen Den ausgetretenen Pfad Und machen da mal Was eigenes Bring da was eigenes Mit rein Eine coole Blumhaus Idee Würde dem glaube ich Ganz gut tun Ja Ja wie sieht es aus Wollt ihr da eventuell nochmal ins Kino gehen Jetzt läuft der Mittlerweile auch schon Vielleicht zum Kino Dienstag irgendwo günstig Oder so Ich glaube Zum Kino würde er mich Nicht treiben Ne Warte vielleicht auch Bis er irgendwo Verfügbar ist Vielleicht kriegen wir einen Screener oder so Ich kann mal fragen Gut Dann war es das Zumindest mal Mit dem Bereich Kino Und wir gucken mal Was so Neues anläuft Vielleicht ist da ja was dabei Was euch ins Kino lockt Kino Charts und Neustart Jetzt muss ich gerade mal Nach den Charts gucken Ist das hier Ja 20.11. Top 6 sogar Sehe ich hier gerade genau Weil da wenig Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 5 war Wurde uns hier mitgeteilt Wir reden natürlich von den einzigen offiziellen Charts Der Innenstadt Kinos Stuttgart Die es nur hier gibt Nur hier tatsächlich Nicht mal mehr auf deren eigenen Webseite Nein Nur wir kriegen die Auf Platz 6 Für unsere türkischen Freunde Läuft in den Innenstadt Kinos Immer noch der Film Atatürk 1881 bis 1919 Im Original Mit Deutschen Untertiteln Tatsächlich Also Wer Genau Wer Wer gerne mal Türkische Filme im Original Gucken möchte Hat jetzt die Chance Immer noch In den Innenstadt Kinos Stuttgart Und wer nicht ganz so Mächtig ist Der türkischen Sprache Kann die deutschen Untertitel lesen Genau Auf Platz 5 Haben wir The Marvels Auf Platz 4 Thanksgiving Das war ja auch Letzte Woche Stimmt Das passt ja Aber es ist glaube ich Ein Horrorfilm Dann Oh Gott Die unlangweiligste Schule der Welt Schule der Welt Ja irgendwie sowas Auf Platz 3 Platz 2 Der reizt mich ja tatsächlich auch Der Jim Caruso Film Sound of Freedom Ja Mal gucken Vielleicht schaffe ich den noch Und auf Platz 1 Die Pute von Panem The Ballad of Songbirds and Snakes Jetzt vor Ballhorn mal Den Namen nicht Das ist ein sehr sehr guter Film Kam auch Das ausgerechnet von dir kommt Hätte ich gedacht Ich dachte jetzt eher Dass du hier Kleiner Nackenklatscher Hier Privat Der Pute von Panem Dieser unsägliche Diese unsägliche Ne Da gab es Ja Ne Sehr guter Film Kamen auch Ein paar Kommentare Ich glaube von der Steff auf Facebook Die hatte da drunter kommentiert Dass sie den auch gesehen hat Fand ihn auch sehr gut Und sie kennt auch das Buch Und ja Also empfehlenswerter Film Platz 1 Und was läuft denn Neues an diese Woche Und wann überhaupt Wann startet denn die Kinowoche Hier am 30. November How to have sex Startet am 7. Dezember Das sollte man noch nachreichen Pünktlich zum Nikolaus Also nicht ganz Einen Tag später Schöner Nikolaus Film Es startet Der neue Disney Animationsabenteuer Das neue Disney Animationsabenteuer Mit dem Die 17-jährige Ascha Und ihre Ziege Valentino Eine magische Reise auf sich nehmen Nämlich Wish Der sieht aber ganz süß aus Finde ich Ja ich hatte im Kino Schon einen Trailer Bei Ich glaube es war auch bei Checker Tobi Wenn ich mich recht erinnere Und da war ja wirklich Das Kino gefüllt Mit Eltern und Kindern Und es war sehr ruhig Während des Trailers Also du hast bei Bei den Trailern Die gut ankommen Bei den Kids Hast du sofort gehört Yeah Oder irgendwas Oder irgendwie Zumindest mal irgendwas vernommen Und da waren alle so Okay Also es wirkt sehr Eiskönigin mäßig hier Wird viel gesungen Auch im Trailer schon Und Ja Ist glaube ich auch von den Machern Von der Eiskönigin Schwierig Also Es läuft auch noch an Saw X Oder Saw 10 Und der soll immer wieder Richtig gut sein Ähm Habe ich gehört Ist der neue Teil In dem Saw Franchise In dem der Sadistische Serienmörder Jigsaw zurückkehrt Schön zu Weihnachten Ja Schön zu Weihnachten Für die Vorweihnachtszeit Meine ich Dann läuft einer an Wo ich den Erik Eigentlich im Kino sehe Definitiv Ja Godzilla Minus One Den 33. Godzilla Film Aus Japan Der sich stark an dem Original Aus dem Jahr 1954 Orientiert Ja Ich habe tatsächlich Alle Godzilla Filme Auf die vor Die Alle 32 anderen Die alten auch Und die neuen Habe ich dann sogar Auf Blu-ray Ja Und ich gucke die alten Tatsächlich sehr gerne Also ich habe die mir Natürlich hier gerippt Und auf den Surfer gelegt Damit ich mit einem Klick Starten kann Weil manchmal habe ich so Bock Da denke ich Oh ja jetzt nochmal Den alten gucken Und mit Mecha Godzilla Und so den nochmal gucken Und ja Dann gucke ich manchmal Auch nur bestimmte Szenen Oder sowas Und ich mag den Das von 54 Tatsächlich gerne Und sollte ich es irgendwann Mal nach Japan schaffen Was ein Traum von mir ist Dann will ich in die Godzilla Studios Die man besuchen kann Und das ist absolut Ein Must-See für mich Ich gucke da auf jeden Fall Ich gucke da mal Wenn der in den Stadtkinos läuft Schön Dolby Atmos und so Der neue Ja Muss ich rein Dann startet auch noch Auf dem Weg Den hatten wir ja letzte Woche In der Sneak Preview Bin kurz eingeschlafen Ja Französisches Drama Mit Jean Dijardin Als verwöhnten Schriftsteller Der nach einem Schicksalsschlag Durch Frankreich wandern will Also ich glaube Das ist ein bisschen Eine verkürzte Darstellung Er will einmal wirklich Quer durch Frankreich 1200 Kilometer Über Berge und alles Wandern Ja Also es ist nicht nur Einfach ein Wanderweg Wie der Rennsteig Schöne Grüße Die alte Heimat Ja Gut Dann kommt ein Film Wo ich jetzt tatsächlich Auch nochmal sagen würde Hey Würde vielleicht auch Auf den Sneaktippe passen Nämlich 791 Kilometer Wendungsreiche deutsche Komödie Über 5 grundverschiedene Menschen Die sich wegen eines Sturmbedingten Zugausfalls Ein Taxi von München Nach Hamburg teilen Klingt interessant Also das könnte doch passen Vor allem Wer ist da jetzt hier Nilam Farouk Damit kann man ihn auf jeden Fall Schon mal anschauen Iris Berben ist auch dabei Ben Müncho Joachim Krol Und Lena Urzendowski Ja Apropos Iris Berben Absolute Empfehlung Die Disney Serie Deutsches Haus Wirklich Also Ja da möchte ich auch noch reingucken Das Erste Folge Erste und zweite Folge Glaube ich Iris Berben Absolute Hammer Wahnsinn Also Ich meine Man kennt sie ja Das ist ja Urgestein Des deutschen Schauspiel Der deutschen Schauspielkunst Und was sie da nochmal Abgerissen hat Wahnsinn Ah okay Das nur kurz dazu Es gab mal einen Film Ticket für zwei Kennt ihr den? Ja Ist ja auch quasi Da ist glaube ich Das Flugzeug ausgefallen Wegen Sturm Aber in Deutschland Fällt natürlich die Bahn aus Ist klar Ja gut Das ist ja also Wer hätte es gedacht Ja Es startet auch noch Candy Cane Lane Ein Amazon Weihnachtsfilm Mit Eddie Murphy Als Familienvater Der von einer schelmischen Elfe Übers Ohr gehauen wurde Er läuft wahrscheinlich Limited im Kino an Und kommt dann gleich Auf Amazon Was man auch sagen kann Es sind jetzt erste Bilder Fotos geleakt worden Von Beverly Hills Cop 4 Oder ich glaube es heißt Nur Beverly Hills Cop Weiß gar nicht Ähm ja Da ist es Man fühlt sich schon wieder Gleich wie damals Mal gucken Super Dann startet noch Maestro Ein Musiker Biopic Von und mit Bradley Cooper Als Komponist Leonard Bernstein Okay Also Bradley Cooper Möchte anscheinend Nach dem Wie ist der andere Film Mit Lady Gaga Hier Wo der Oscar gewonnen hat Ein Song für dich Oder so Nee Ja Nee wie ist der Sing mein Song Ja Irgend so was Will er wahrscheinlich Das Oscar Eisen Weider schmieden Jetzt mit Maestro Das klingt schon sehr Danach Biopic Ja Im Musikbusiness Klingt sehr nach Oscar Vielleicht muss ich die noch gucken Es läuft auch noch an Reif für die Insel Eine französische Komödie In der zwei Entfremde die Jugendfreundinnen Nach 30 Jahren Wieder aufeinandertreffen Und sich den Traum Einer gemeinsamen Griechenlandreise erfüllen Könnte auch auf den Kindergarten passen Dann kommt noch The First Slam Dunk Animation Zum Zeichentrickfilm Manga Verfilmung Über den jungen Aufstrebenden Basketballspieler Ryota Der übrigens sehr sehr gut sein soll Der Film Also ich bin ja nicht ganz so In diesem Manga Business Aber der soll richtig gut sein So und der andere Ich glaube der läuft Gar nicht im Kino an Family Switch Eine Familienkomödie Mit Jennifer Garner Und Ed Helms Läuft Steht hier da auf Netflix Aber Ja Steht auch nicht bei Filmstarts.de In Kinostarts Ja die kurze Beschreibung Kam von Kino.de Vielen Dank dafür Für die Zusammenfassung Und Ich glaube Die anderen Sachen Was ist denn mit Last Dance Wann läuft denn der an Doch Last Dance Läuft diese Woche auch an Französische Komödie Über einen Rentner Der ein Versprechen Gegenüber seiner Verstorbenen Frau Einlösen will Und mit dem Tanzen beginnt Da haben wir auch schon Anfragen vom Verleiher Guckt Ob wir da den Screener Haben möchten Hat von uns keiner Reagiert Ich glaube Das Schafen wir Kriegen wir zeitlich Nicht unter Mal gucken Okay Ich glaube die anderen Laufen nicht an Oder Ist da noch irgendeiner Drinnen Ne Naja Da sind ja ein paar Kracher dabei Finde ich Diesmal Also mit So Godzilla Film Dabei Natürlich ist es Ja Aber Godzilla Ist jetzt nicht Für die breite Masse Glaube ich Ist jetzt kein Hollywood Godzilla Es ist wirklich von Ich glaube von Takashi Yamazaki Gedreht Und Es ist kein Hollywood Godzilla Film Der die breite Masse Reinzieht Mit irgendwie Hollywood Darstellern Sondern Ja Ich glaube der wird nicht Wenn dann wird's Wish sein Wahrscheinlich Der mit am ehesten Zumindest in der ersten Woche Und wenn sich dann rumspricht Dass der vielleicht gar nicht So gut ist Denn in den USA Läuft er glaube ich schon Und in den USA Hat er gnadenlos verloren Gegen Tribute von Panem Und wird wahrscheinlich Schnell wieder raus sein Aus dem Kino Ja Und Thor Thor ist immer Thor hat seine Fanbase Also die Das wird uns überraschen Wo der landen wird glaube ich Ja Nächste Woche Aber schauen wir mal Schauen wir doch mal Nächste Woche Schauen wir mal Und Ja Das haben wir alles nicht Hier Dann geht's ja mit dem Heimkino Weiter oder Wenn ich das richtig sehe Heimkino So Doktor wer Doktor who Ah Doktor who Und das ist so schön Das ist so toll Darf ich gleich erstmal Die Frage stellen Die mir schon die ganze Zeit Auf den Unter den Nägeln Brennt Auf der Zunge liegt Und überall Wer spielt denn jetzt Wer ist jetzt Der Das aktuelle Doktor Und Wie Wie Verbindet sich dieses Special Mit den bereits Mit dem Kanon Mit dem Kanon Das ist ganz einfach Der letzte Doktor Ähm Geht in die Regeneration Und In der Letzten Folge Von diesem Von der Doktorin In dem Fall Und Es kommt David Tennant Wieder zum Vorschein Der schon mal Der Doktor war Ja Und Auch der Doktor Fragt sich selbst Warum Wieder Dieses Gesicht Was soll das Was ist jetzt hier los Warum Und das führt tatsächlich Direkt in diese Specials rein Es gibt Also er ist der Doktor Er ist der Doktor Oh cool Oh cool Ich glaube Das muss ich gucken Den mag ich Ja Das habe ich heute schon mal gehört Ja Nee Ich habe heute Morgen Meint Hey ich habe das Special geguckt Oh Irgendwie ist es Nichts Nichts gegen die anderen Doktoren Wirklich Alten Super 8 Aufnahmen Oder irgendwas Der hat das irgendwie Alles geguckt Ja Der ist da völlig Also ich Dadurch dass wir jetzt nicht mehr In der alten Heimat wohnen Sind wir Meistens Ja Vielleicht schaffen wir es Diesmal Weihnachten Da kommt sein Sein bester Schulfreund Und der ist auch total Doktor Who Universums Fan Und so Wenn die miteinander reden Verstehe ich gar nichts Ja Wenn die sagen Also das bin ich nicht Aber den mag ich total Okay Dann muss ich das Das wäre ich mal Ja Genau Also Jodie Whittaker War ja zuletzt Als Doktor unterwegs Jetzt kommt es Nun mal zu David Tennant Ich muss dazu sagen Matt Smith war Mit Mein Lieblingsdoktor Auch sehr super Also beide Matt Smith Ganz ganz groß Und David Tennant Aber ja Aber David Tennant Einfach super Und er landet mit Der Tarot Also vielleicht nochmal ganz kurz 60 Jahre Doktor Who Deswegen gibt es drei Specials Die jetzt auf Disney Plus auch laufen Was mich sehr sehr gefreut hat Dazu kommt dann auch Dass es nicht alles Auf einmal rauskommt Sondern der erste Die erste kam jetzt Am 25. Ja am 25. November ist raus Also am Samstag Gestern erst Ganz 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 frisch Also ganz ganz aktuell Sind wir da Und ich konnte da nicht Die Finger von lassen Geht 58 Minuten Ist auch super angenehm Und der Doktor landet in London Natürlich Mit der TARDIS Und weiß erstmal nicht Warum bin ich hier Was soll das jetzt Warum habe ich wieder Dieses Gesicht Warum ist das außerhalb Europas Und in seiner unnachahmlichen Art Natürlich Schlendert er erstmal rum Guckt ein bisschen Findet dann jemanden Komplett hinter Paketen Verbaut und möchte der Person Natürlich helfen Und ja Wie es dem dann halt auch so ist Trifft er mit Donna Noble Eine alte Bekannte Die wird auch wieder gespielt Von Catherine Tate Und Also hey Das kann nicht sein Das hat damals ja damit geendet Mit den beiden Dass sie ganz arg viele Dass das Wissen der Doktoren Oder halt von Von der Von der Spezies Aufgesaugt hat Und Er Ihr Gehirn quasi löschen musste Und resetten musste Weil wenn sie sich daran zurückerinnert Platzt ihr Kopf Und Es muss irgendwie damit zusammenhängen Und Wie es dann eben auch ist Kommt zu einem Potenziellen Absturz Eines Raumschiffes über London Und Da geht er natürlich dann hin Und Es ist alles sehr sehr Ja Für den Doktor alles noch so Hä Okay Kurz nach der Regeneration Ein bekanntes Gesicht Dann treffe ich die Was Soll das Wie und überhaupt Und Hä Im typischen Doktor Who Charme Und Witz Und Mit einer Leichtigkeit Erzählt Was mir unglaublich gut Schon mal gefallen hat Und geht dann dadurch weiter Dass man Dann auch die Familie Von Donner kennenlernt Weil das ist jetzt auch schon 15 Jahre oder sowas her Wenn nicht noch mehr Dass eben Die zusammen vor der Kamera Standen damals Das muss man sich mal vorstellen Das ist auch schon eine ganze Stange Und Donner hat inzwischen Familie Hat eine Tochter Mit dem Namen Rose Und Die Kenner Von hier Von Doktor Who Wissen Ja Doktor Who hatte eine andere Kumpanin namens Rose Was auch schon so Wird Was ihn völlig verspult Und er Trifft halt auch viele alte Gesichter wieder Und Halt eben Dieser Fall Mit dem Alien Mit dem Mii Ein ganz süßes Kleines Flauschiges Fellwesen Ist es sozusagen Ein Mini Mii Ne Einfach nur ein Mii Ich bin ein Mii Und Von Nintendo Er muss dann halt eben Quasi wieder den Tag mal retten Und auch schauen Was da los ist Und was eigentlich Das Ziel ist Warum das Mii Auf der Erde gelandet ist Was die anderen Gruppierungen Die sich da Drum fighten Was die damit zu tun haben Und das will ich jetzt alles auch nicht verraten Und natürlich auch Welche Rolle Im Endeffekt Donner spielt Und Es ist Eine richtig schöne Lange Doktor Who Folge Ein richtig schönes Special Hinten raus Ein bisschen Wo ich sage Ja Okay Man hat es jetzt dann doch Auf die Neuzeit Sehr drauf Gepresst So ein bisschen Haben sie ein TikTok aufgenommen Nein Aber wenn du siehst Dann Oder wenn du sie anschaust Dann Wirst du Wissen Was ich meine Ich weiß Ich weiß nicht Es ist schon Ja Es ist nett transportiert Zu dem Solarzellen Zu dem Was man Früher gemacht hat Und es gibt auch Eine schöne Überleitung Wobei ich die auch schon So ein bisschen Ja Autsch fand Wie es dann weiter geht Aber das ist alles So ein bisschen Jammern auf hohem Niveau Ich hatte echt Spaß Das zu schauen Das hat echt Mir hat es ja so viel Freude bereitet Auch David Tennant Wieder in einer seiner Wirklich Wie ich finde Besten Rollen Zu sehen Ich mag Donner Immer noch nicht Die geht mir so Auf den Zeiger Aber das ist Was anderes Muss auch jeder Für sich selber wissen Ich kann es nur empfehlen Das anzuschauen Sich die Stunde Zeit zu nehmen Wenn man Doctor Who mag Und da vielleicht auch Mal länger nicht reingeguckt hat Ist überhaupt kein Problem Man hat nichts verpasst Das ist das Schöne Man kann einfach einsteigen Man sieht den Doktor Man sieht vielleicht Andere bekannte Gesichter wieder Und hat Auch mal wieder schöne Aliens Die halt Ja Man könnte jetzt sagen Man könnte alles mit CGI Viel besser machen Und schlag mich tot Und da bleibt es sich einfach treu Das macht es einfach nicht Das sieht einfach so Manchmal vielleicht auch ein bisschen Ja Will ich sagen plump aus Aber das ist auch einfach Der Stil vom Doktor Und das finde ich einfach Ganz ganz großartig Dass das beibehalten hat Und Das habe ich Jetzt fällt mir gerade was ein Das habe ich ganz vergessen Bei Five Nights at Freddy's zu sagen Dass die Monster Die Monster oder die Figuren Die wurden halt nicht mit CGI gemacht Oder irgendwelchen Kokolores Sondern von Jim Henson Oder Jim Henson Company Ja Jim Henson Company Genau Deswegen wirkt das auch Richtig cool eigentlich Okay Scheiße Ja aber also wie gesagt Das wirkt noch so Manchmal vielleicht Sieht es ein bisschen altbacken aus Aber es ist halt eben Die Vision vom Weltraum Und was für Rassen es da gibt Und was für Arten es da gibt Und David Tennant Fand ich Richtig richtig stark Hat richtig Spaß gemacht Also ich kann es Zu 100% empfehlen Ähm Dieses Dieses Ding sich anzuschauen Dieses Special sich anzuschauen Also gerade Erik Wenn du schon sagst Oh David Tennant Als Doktor fand ich großartig Ja Dann ist es schon fast ein Must-See für dich Ähm Das Alien um die es sich dreht Fand ich sehr cool Das hat auch Spaß gemacht Also Rundum eine coole Sache Also ein sehr sehr schönes Special Ich freue mich auf die beiden anderen Die jetzt noch kommen Ähm Kommt dann bestimmt an Nikolaus eins Und an Weihnachten noch eins Schätze ich mal Ne ne Es kommt jetzt am Äh 2. Dezember und 9. Dezember Okay Also ja bald Und ich denke mal Dass das am 9. Dezember Dann schon das Weihnachtsspecial sein könnte Und dann mal schauen Ähm Und für alle die Bis mit Staffel 14 weitergeht Ja Für alle die Die das jetzt auch gesucht haben Bei IMDB Um da ein paar Informationen Ich wollte nämlich wissen Wer hat es gedreht Und produziert und so weiter Ähm Es ist schwer zu finden Die Die Folge Man muss wirklich nach The Star Beast schauen Also wenn man den deutschen Titel eingibt Da kommt gar nichts Und wenn man Doktor Who Und irgendwas eingibt Dann kommen ja Das gibt ja so viel Da findet man es einfach nicht Wenn man nach Datum Oder irgendwas sucht Deswegen Man muss eingeben The Star Beast Und dann kommt es Ja Cool Kannst du empfehlen Gibt es ja quasi kostenlos auf Disney Plus Wenn man das hat Genau Wenn ich Wenn ich Punkte geben soll Wären es Wären wir auf jeden Fall bei Angenehmen 7,5 Punkten Musst du nicht Aber Ist gut zu wissen Ja aber kann ich Kann ich auf jeden Fall empfehlen Sehr schön Also gerne Unbedingt gerne reinschauen Okay Jetzt haben wir noch zwei Serien Serien Eine Billion Dollar Unser Mathelehrer weiß natürlich sofort Wie viel das ist Nämlich Das sind 1000 Milliarden Dollar Und trotz dass der Dollar Gerade ein bisschen schwächelt Ist ein shitload of money Würde ich sagen Die Engländer sagen Also Ist echt viel Geld Also da Braucht man glaube ich In diesem Leben Und im nächsten Leben Nicht mehr arbeiten Und Ja Basiert auf einem Buch Was ich tatsächlich mal gelesen habe Vor längerer Zeit Wo ich Zeit hatte Noch Bücher zu lesen Von Andreas Eschbach Und Da hatte mich nämlich Die Story Sehr interessiert Und zwar geht es um John Der arbeitet in Berlin Als Fahrradkurier Hat Relativ wenig Geld Lebt in einer WG Zusammen Mit Mit jemand Und schlägt sich da so durch Im Buch Arbeitet er übrigens Oder lebt er übrigens In New York Aber hier halt Berlin Weil es auch eine deutsche Serie ist Glaube ich Oder zumindest eine europäische Co-Produktion Sagen wir es so Aber hier im Film halt Berlin Oder ich rede jetzt mal nur von der Serie Ich rede jetzt mal nicht vom Buch Sonst wird es zu verwirrend Und Er hat wenig Geld Struggelt da so hin Mittlerweile schon Was ist es nicht Die Stadtwerke drohen Schon einen Strom abzustellen Er hat wirklich wenig Geld Und Macht da so ein bisschen Party Mit seinen Freunden Hat auch bald Geburtstag Und so Und plötzlich Klingelt es bei jemand In der Tür Er denkt erst Irgend so ein Gerichtsvollzieher Oder so Weil da jemand mit Aktenkoffer steht Und Sagt dann so Ja Ich bin hier von der Erbenermittlung sowieso Und ich bräuchte mal bitte Von ihnen hier diese Einverständniserklärung Und sie müssten mir mal DNA-Test Ich bräuchte mal kurz von ihnen Speicheln Und dann können wir da gucken Ob sie da Eventuell Anrecht drauf haben Und er will Nicht mit weiteren Informationen Rausrücken Um was es überhaupt geht Wer das sein soll Und der junge Mann Der da die Tür geöffnet hat Hat schon Es wirkt halt erst mal So ein bisschen nach Scam Ja Also wenn da plötzlich Jemand steht Und so Soll man es unterschreiben Und irgendwelche DNA Abgeben und so Und dann sagt der Mann Aber ja Ich würde ihnen auch Eine Aufwandsentschädigung Jetzt von 2000 Euro Einfach mal geben Und dann sagt er Ja Okay Da handelt ihr noch Ein bisschen hoch Kriegt noch ein bisschen mehr Geld Und macht da halt mit Und sagt sich Okay Scheiß drauf Jetzt habe ich das halt Unterschrieben Wer weiß Dann hört er erst mal Nichts mehr davon Er mit seinem Mitbewohner Kommt erst mal Mit den 4000 Euro Die sie bekommen haben Weil er hat den ja Ein bisschen hoch gehandelt Können sie erst mal Die Stromrechnung bezahlen Erst mal die Miete bezahlen Alles Und ein bisschen Party machen Und ja Dann kommt aber Eines Morgens dann Bei ihm ein Anruf Auf dem Handy Er soll bitte Sofort Mal seine Seine Sachen packen Und wohin kommen Und als er dann Nach Italien geflogen wird Mit einem Privatjet Wird ihm dort eröffnet Dass die Familie Dort in Italien Die So quasi Vermögensverwalter sind Und das seit dem Mittelalter Und In diesem Damals Damals Vor 500 Jahren Oder so Hat irgendwie Ein Vor 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 Von ihm Eine gewisse Menge Geld angelegt Und das sollten Diese andere Familie Verwalten Und daraus mehr machen Und daraus Länder Prozent abgeben Können Und so geht es ihm Geld machen Das kommt Das ist ja Fünf kamen Squid Game Die müssen Da kommen Fokus Sagen mir gefällt Ich versuche Der einzige Hat echt aus Ein special Die anderen wissen Bei Squid Game Bei Squid Game Die große Einschränkung Es macht aber Spaß Also eric Einen anderen Fokus Squid Game So geil Es kann sein Dass es gescriptet ist Dass sie diese Rolle Spielen muss Aber wenn sie wirklich So ist Dann verpiss dich Einfach So Genau Squid Game The Challenge Könnt ihr also Empfehlen Ich werde auch mal Reinschauen Und Jawohl Intelligenz Intelligenz ersetzt Nämlich Charakter Nicht Intelligenz Eine Mischung Aus allem Muss man haben Eine gesunde Bauernschleue Ein bisschen Wissen Aus allen Aus allen Richtungen Und Intelligenz Sowohl Richtige Intelligenz Also Wissen Als auch Emotionale Intelligenz Das ist sehr wichtig Genau So Das Wort zum Sonntag Jawohl Sonstiges Gibt es irgendwelche Themen Ja hier Innenstadtkinos Aktion Mit Foto machen So Was ist da Foto Du hast es Repostet Foto Ja genau Man kann Stimmt Man kann Real fotografieren Ihr könnt mal Bei Kinokast gucken Oder gleich direkt Bei Innenstadtkinos At Innenstadtkinos Folgen Innenstadtkinos Punkt Irgendwas Haben die glaube ich Ja ihr findet es schon Und Wenn ihr dann Screenshot Im richtigen Moment macht Dann Spart ihr glaube ich Ein Euro Beim Ticket Pro Kinokarte Ja genau Wer den Screenshot Will Kann gerne Bereitstellen Für 1 Euro Ne Also ich Ja was gibt es noch Was könnte anliegen Kinokast Adventskalender Natürlich Da trage ich es einmal Nicht ein Genau Deswegen bin ich auch Ein bisschen busy Jetzt in der nächsten Zeit Ich muss den ja Komplett vorbereiten Und Ja die ganzen Preise Du machst den Glieder Ich dachte du machst den Nicht mehr Muss ich fotografieren Tja ha Pass mal auf Jetzt kommt Jetzt kommt der Clou Ich Es gibt ja mittlerweile Die künstliche Intelligenz Cyber Dying Systems Hat da geholfen Das heißt Ich habe jetzt hier Ein Plugin gefunden Was tatsächlich Alle möglichen So Gewinnspielzeiten Und so durchsucht Ob da tatsächlich Was gefunden ist Das macht sogar automatisch Und ich habe es probiert Das funktioniert Das heißt Nämlich von dem Vom letzten Mal Habe ich das einfach mal Durchlaufen lassen Und hat tatsächlich Ein paar Ergebnisse gefunden Und keine False Positives Also alles hat wirklich Tatsächlich gepasst Und das werde ich Diesmal laufen lassen Heißt natürlich Wenn dann irgendjemand Irgendein Rätsel Verraten wird Auf einer Gewinnspielseite Und dann kommen hier Tausende von irgendwelchen Gewinnspielleuten Dann einfach her Die nie was mit Einem Kinokass zu tun hatten Irgendwas Einfach nur ihre E-Mail-Adresse Da dumpen Und gar nicht richtig lesen Und irgendwas Das wird dann ausgeschlossen In dem Moment Und deswegen Ja Nehmt das ihr Cheater Ab 1. Dezember Geht es dann also wieder los Ich muss noch die ganzen Preise alle fotografieren Und natürlich die Rätsel Zusammenstellen Ich versuche es ja Dass es quasi leicht beginnt Und dann ein bisschen schwerer wird Und noch schwerer Und noch schwerer Ja Ist aber schwierig Und Genau Ich kann gleich alle hier Entwarnung geben Ich spiele zwar mit Aber außer Konkurrenz Ich will ja Dass ihr was gewinnen Okay Bin ich mal gespannt Was du so an richtigen Lösungen Ablieferst Einfach alle Ich warte mal Bis die Lösung bekannt ist Und dann schreibe ich Habe ich doch gesagt Das geht ja denn nicht Das filtert dann die AI Tatsächlich auch raus Also alles was Vor 0 Uhr Und nach 23.59 Uhr Eingeht Wird tatsächlich auch rausgefiltert Und ja Gut Okay also Ab 1. geht es wieder los Vielleicht mache ich das erste Fenster Auch schon ein bisschen eher auf Dass alle Leute mal reinkommen Nicht dass es dann wieder heiß Ja ich wusste ja nicht Aber es gibt ja jeden Tag Was zu gewinnen Es gibt ja nicht mehr Wie es früher war Diese Gesamtrechnung Wo dann halt jeder Punkt wichtig ist Sondern es gibt jeden Tag Ich habe jede Menge Blu-Rays da Zum Verlosen Jede Menge coole Gadgets Da ist von Harry Potter Über weiß nicht Alles mögliche was dabei Gibt es echt tolle Sachen Ich muss die bloß mal fotografieren Und was da noch üblich ist Chris das kriegst du mal mit Zum Verlosen in der Sneak Sonst wird es bei mir zu voll hier Aber Ne wird schon passen Oh gut Okay also das nur als Ankündigung Checkt mal Kinocast.net aus Wenn ihr das jetzt irgendwo anders hört Auf Spotify oder irgendwo Und geht da mal hin Macht da einen Bookmark Und dann ab 1. Dezember Geht da einen Adventskanal los Wo ihr jeden Tag was gewinnen könnt Was mit Film und Kino zu tun hat Jawohl Und jetzt kommen wir zu den Vielleicht machen wir auch sogar Hier kleine Tipps Hier in der Aufnahme Vielleicht Um hier den Kinocast Ein bisschen zu pushen Jetzt gibt es aber erst mal Musik 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 Da ist es Kate Was hast du Ich habe eine neue Serie Eingefangen Über die erzähle ich euch Nächste Woche was Und da kam eine Szene Drin vor Wo ich gedacht habe Jetzt spielen sie da Irgendwann Hintergrundmusik Aber nein Sie haben es einfach In die Serie eingepackt Und es war das Radio Im Auto Und das fand ich lustig Und dieser Song War irgendwie cool Und er ist mir wieder In uns Ohr gekommen Deswegen nehme ich von Annie Lennox No more I love yous Ich weiß welches Das ist Okay Chris Was hast du Bei mir kommt was Wo ich im Leben Nicht gedacht hätte Dass ich tatsächlich Diese Den mal Oder so drauf setze Oder von dem was höre Ich habe tatsächlich Von Contra K Und Santos Die Sonne Weil ich Mir gefällt der Track Irgendwie Hat mich tatsächlich Abgeholt Also Gibt es ja auch Zwei Versionen Hätte ich im Leben Nicht gedacht Welche möchtest du denn Die normale Oder die G2 Minuten 54 Oder Akustik Version Die normale Mach ich dir das Sofort hier Auf die Playlist drauf Wenn ihr die auch hören möchtet Kinocast Songs Heißt die auf Spotify Und ich war Freitag Auf einem Konzert Da packe ich was drauf Helene Fischer Ja Natürlich nicht Von And One Die habe ich nach 20 Jahren Mal wieder live gesehen Ja Bestimmt Mehr als 20 Jahre her Ja War richtig geil Pack ich drauf Unter meine Uniform Das Lied ist nicht 20 Jahre alt Aber es ist richtig geil Parallel dazu War übrigens Witzemann Gibt es ja mehrere Mehr Hallen drin Es gibt ja die große Halle Da war And One Und dann gibt es einen Club Da war Luca Henni drin Und es war echt witzig Man konnte genau Auch sehen Wer zu Luca Henni geht Und wer zu And One geht Es war wieder echt geil Und du bist einfach mal Zu Luca Henni rein Und hast gedacht Nee Luca Henni Wer ist Luca Henni Ich weiß gar nicht Wo der jetzt genau herkommt Ist ein total sympathischer Typ Der war mal In diversen Sendungen Die ich geguckt habe Ich glaube bei Klein gegen Groß Oder irgend sowas Aber die Musik Ist überhaupt nicht meins Also das ist ein Schweizer Ist das der Schlager Oder was Schweizer Singer Songwriter Ja guck einfach mal rein Oder hör einfach mal rein Bei Er wurde 2012 Sieger In der 9. Staffel Der Castingshow Deutschland sucht den Superstar Und 2023 Sieger Der 8. Staffel Von dem Masked Genau der war bei Mast Singer Das habe ich ja auch geguckt Ja ist ein sehr sympathischer Typ Aber macht überhaupt nicht meine Musik Aber hat sehr viele Sehr viele Fans Die nicht so So große Säle füllen Wie And One Also der war im Kleinsaal Aber trotzdem Nee Cooler Typ Aber Ja Luca Henni Vielleicht kennt ihr den ja da draußen Ihr geschätzte Hörerinnen und Hörer Okay dann war es das für heute Dann hoffe ich mal Dass morgen in der Sneak Was Gutes kommt Ich habe ja Ich will so viel gucken Ich will Napoleon gucken Ich will Ja Godzilla Oh scheiße Meine Zeit Meine Zeit Godzilla Mal gucken Vielen Dank fürs Mitmachen Bis nächste Woche Tschüss Auf Wiederhören Tschüss So Aufnahme läuft hier Oh läuft schon Okay Dann kann ich jetzt gar keine Beleidigungen Rausholen Gegen mich oder was Europapokal Oder gegen Oder gegen Gegen die Polizei In Frankfurt Aber hast du den neuen Song Gehört Europapokal Erste Runde Bukarest Zweite Runde Oh Nach all der Scheiße Geht's auf die Reise Stuttgart International Europapokal Nee das habe ich noch nicht gehört Das packen wir gerne mal in die Outtakes Ja Muss ich mal noch auswendig lernen Bis bald im Kinocast Bukarest